Ja, jetzt soll ich die Bänder holen. Ich muss in David's Computer gehen. Er muss schlafen. Ich glaube, David hat alle seine Zeugnisse in seinem Laptop. Kein Scheiß, es braucht ein Passwort. Wie geht es mit Stepdouche? Versuch es wieder. Ich brauche mehr Beispiele. Natürlich würde David eine heavy-duty-military-Padlock kaufen. Ich kann sogar die Kombination sehen. Das könnte ein nutzendes Passwort sein. 7171 Nichts in es. Na, Licht aus. Äh! Lass mich doch mit dem Schloss... Es gibt keine Chance, dass Chloe jetzt die Waffe zurückgelegt wird. Okay, die kann im Moment die Waffe nicht zurücklegen. Hm. Vielleicht könnte dieses ID-Nummer funktionieren. 63567. Wollte das nicht, aber gleich muss ich die alle aus dem Kopf dann ausprobieren. Es sieht aus, dass David das viel gelesen hat. Was hat er gelernt? Vielleicht könnte ich Stepdad für das Passwort versuchen. Chloe, ich bin so glücklich, dass du heute geboren bist. Danke für mich in die Familie bringen. Ich liebe Stepdad. Nichts zum sehen, hier. Außer das gute Beef. Ach du Scheiße, das sind ja unglaublich viele Möglichkeiten. Aha. 11-27-08. Wie sie sich kennengelernt haben. Ach du Scheiße. Das ist lustig. Könnte hier ein Passwort sein. Lustig. Ich kann nicht vorstellen, dass David Joyce mit dem Auto auf dem Auto fahren kann. Und Tape. Boah. Ich versuch mal Step Dad erstmal. Scheiße. Worst Hacker ever. Keine Chance Max. Du hast den Laptop total trocken. Scheiße. Und nun? Ach, Moment. Sei nicht doof. Spul die Zeit zurück. Ähm, dann nehmen wir mal die ID-Card-Nummer. Von der Army. Keine Chance Max. Du hast den Laptop. Dann die Company. Suche falsch. Keine Chance Max. Du hast den Laptop total trocken. Und nochmal zurück. Keeps your wings up. Das ist bestimmt das letzte Passwort, was ich benutze. No, no way Max. Du hast den Laptop total trocken. Single Shot Award. Äh, Shoot Award. Oh, shitballs. Oh, Dragon. No way Max. You to- Top. Hm. Ja, dann Familie. Der Tag, an dem er seine Frau kennengelernt hat. Unglaublich. Max, the Hacker, strikes again. Whoa. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Rachel has been cut in class all a week. Frank and Rachel meet once again. Ja, Frank ist der, den wir mit der Waffe bedroht haben. Aber warum hat er die verfolgt? Und die war am, ähm, Leuchtturm. In ihrer Tasche waren illegale Pharmazeutische, äh, Pharmazeutika. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Sie kennt ihre Bibel. Kate bleibt länger im Badezimmer als andere Studenten. Drogen im Spiel? Hab gesehen, wie Kate Jefferson geholfen hat nach der Stunde. Traue keinem Menschen mit Goatees. Kate ist für sich geblieben seit der Vortex Club Party. Noch nicht mal in der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Das ist so falsch. Oh, schreckliche Bade. Der Penner hat meinen Stundenplan. Also hat er wirklich nur versucht, um, äh, die Party mit dazu zu reden. Der ist einfach nur paranoid. Ich hätte besser Chloe über das jetzt erzählen. Ach, es ist nur eine weitere Sache, die sie schade machen. Und schade. Der ist einfach nur verdammte Scheiße nochmal paranoid. So, damit bin ich fertig auf Klo gewesen. Guck nicht so traurig, alles ist gut. Auch wenn deine Tochter hier wie die größte Assi-Braut rumholungert. Guck nicht so traurig, alles ist gut. Und ich werde sie verletzen. Ich weiß, dass du hier bist. Ist das deine Rachel-Amber-Halloween-Kostüme? Du kennst dich mehr über sie als ich. Nein. Du und Chloe denkst, dass du mehr über sie als jemanden kennst. Wie alle Teenagern. Lass Max alleine, David. Stopp-threaten-ing-students. Er schützt sie mit surveillance-kameras. So er kann auf alle Leute. Wie er auf alle uns hier spie. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Ach du Scheiße. Auf welcher Seite stehe ich jetzt? Ich bleib mal auf Chloe's Seite. Vielleicht können wir auch mehr machen. Mit Liebe. Oder? Stehe da eine Freundin bei? Stehe da Sicherheit bei? Freundin Sicherheit. Freundin Sicherheit. Wer jetzt immer auf den Chat höre, der im Livestream gerade läuft, die wollen mich ja immer in die Falle locken. Okay. 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 We don't know that David did anything and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Yeah, but generally we're going to take a dump on David for Joyce's sake. Well, David is actually... Er is halt ein emotionaler Stein. Thanks again for defending me, Max. But this is my family now. Gerne, David. Max, I appreciate you sticking up for David. And our family. Even if Chloe doesn't. Ja, ich hoffe, es hilft mir irgendwann, David. Du bist mir was schuldig. Einen Security-Mann zu haben kann nicht schaden. Und Chloe, dir werde ich schon helfen irgendwie, aber nicht so. Weil ich das nicht will. Weil es richtig ist. Wir können doch nicht sagen, was er getan hat. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not going to believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shitballs. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and, uh... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack, to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Locked. What the hell is this? Ah, gross. Ach, der Hund ist da drin. Ich hoffe, sie findet eine schöne Teabon, um die Hunde zu beschäftigen. Mal eben kurz schauen. Vogel. Eine amerikanische Flagge auf einen LKW. Schon wieder ein toter Vogel. Was ist hier passiert? Da, da ist der LKW. Oh, Dad hat mir geschrieben. Tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Ich weiß, du hast alles getan, um das Mädel zu retten. Manche Dinge kann man nicht kontrollieren. Und wenn du nach Hause kommen willst, um ein wenig zu entspannen, dann kannst du auch auf eine Highschool hier in der Nähe gehen. Die Tür ist weit offen. In Liebe, Pop. Thanks, Pop. Ja, aber ich... Ja, ist ganz schön intensiv hier, aber ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu kommen. Reden später. Thousands of kisses. Ich liebe, eine ganze große Fotoserie machen. Warum nicht? Trucker. Hey, wie geht's? Peachy. Interview über. Haben Sie einen schlechten Tag in dem Office? Arbeit ist rundherum und ich habe Bälle, zu bezahlen. Zeit ist Geld für ein Typ, wie ich. Das tut mir leid. Ich wünsche, ich könnte direkt aus nach dem Arcadium Bay. Die ganze Stadt ist krummling. Snow, Eclipse, das Slut Suicide. Listen, Kate Marsh war nicht ein Slut. Sie war severely depressed für gute Reasons. Du selbst nicht kennenzulernen, du? Ich weiß all diese Blackwell spoilt Scheiß. Like der andere Loser ich gesehen hier. Rachel. Du kennst Rachel Amber? Kannst du mich über Nope. Christ, warum nicht du get ein real job instead of homework? Ich würde sie Blackwell turd versuchen zu drive mein 1977 Needham 18 wheeler out there. Like ich gesagt, Interview over I love to do a whole big rig photo series Do they teach English over at that arty-farty school? I'm done talking. Over and out. Hey, how's it going? Peachy, interview interview over. Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18 wheeler out there. How the hell did you know that? I took a Blackwell class on the history of truckers I always wanted to drive a rig on the road Finally a Blackwell student with brains Next time I get a local job I'll let you ride along Take care Nope I don't want to go there Darf ich jetzt fotografieren oder nicht? Ich bin ein bisschen verwirrt Hey how's it Peachy Actually How the hell did you My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers You knew Rachel She sure didn't give a rat ass about truckers or real work Oh so you must have known her too Only from the diner she was just a gold digger she belonged in california with all those you know who know what's good riddance but you can take pictures of my truck anytime take care so 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 jetzt war das richtig so so viel zu dem foto yes another great day in arcadia bay das kennen wir doch schon dann gucken wir nochmal in den hinterhof hier war ja die verrückte was ist denn da los aber warum ist da so ein wirbel sondern sollen es die ameisen darstellen die rund um den vogel da rum hantieren in den afrikanischen dschungel und so weiter ist das ja so wirklich dass die vögel beziehungsweise alles was da stirbt wird ja größtenteils vom boden von den ameisen auch gefressen dich kennen wir ja auch noch vom letzten mal how are you i remember you max i remember you i get you something from the diner i heard about that girl killing herself at blackwell hmm awful thing i think it's all connected to rachel amber's disappearance a lot of things in arcadia bay are connected to rachel frank bowers new rachel have you seen him around i saw him today looking more jumpy than usual i don't know how he hasn't been arrested yet sounds like you know a lot more than me child i just think arcadia bay is in trouble maybe you would like to tell me what you're hiding hmm sie ist eine obdachlose soll ich einfach die wahrheit sagen ich kann es ja ansonsten zurückspulen i feel like i can trust you as much as chloe and you wouldn't think i'm crazy too late for me to judge anybody plus you're not crazy i'm just gonna say this i had a vision of arcadia bay being destroyed by a tornado for real could be bad mojo is in the air this week thanks for the warning max dann ist bestimmt nächstes mal die verschwunden weil so ein obdachloser warum sollte er nicht abhauen kommt irgendein mädel an was mit mir spricht nachdem ich zehn jahre betrunken in der ecke lag und sagt ja ich habe gesehen ein tonnerer das zerstört die stadt dann gehe ich da als obdachloser direkt weg thanks for that storm warning max and uh i'll let you know if i find out anything dann gehen wir mal ins diner rein yes we are open bacon and eggs ah schon die letzten beiden schießbaren fotos in der episode oder